Jo moin Leute, herzlich willkommen zu Formel 2 mit dem Hauptrennen aus Barcelona Spanien auf dem Circuit de Barcelona Catalonia mit dem Hauptrennen. Die PS Koordinaten sind 4,1, 41 Grad, 33,48.0 Gänsefüßchen nach oben N, 2 Grad 15, 1 Gänsefüßchen nach oben 28.0 Gänsefüßchen nach oben E. Und da sind die Predictions zum Hauptrennen. Los geht's. Das Rennen gewinnt Arthur Leclerc. Herzlichen Glückwunsch vor Isak Katscher. Dahinter ins Ziel kommt Dennis Hauger. Dann wird 4. Burt Benavides vor Clément Novolac. 5. Sechster ins Ziel kommt Zane Maloney vor Victor Martins und Jack Doohan. Und 9. und 10. landen Chian Daruvala und Kusch Mayni. So das war's vom Hauptrennen Featureways der Formel 2 Saison 2023 auf dem Circuit de Barcelona Catalonia in Barcelona Spanien. So wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Saison 2023 so. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Dämpchen nach oben da. Vergiss kein Abo. Dann nehme ich das Glöckchen, das nicht vergessen zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf den Channel. Bis dann. Good Ways. Ciao. Ciao.